Was? Was? Komm mal ohne, Mann, was? Hahaha. Wie geht's los? Ich hab's mit deinen Gehirn! Einige, vier! Was ist das? Ich helfe dich, weißt du. Musik Das war's für heute. Heute seid hinten dran! Und umrühst! Aber am besten kann ich es über noch mit dem Verliegen. Scheinheit ist unneidig. Ich bleibe auch schlossen, kann auch nicht. Aber im Ton, am Müllplatz, da haben sie auch das Maßband sehr großzügig verwettet. Jetzt müssen doch alle Gemeindearbeiter in die Kreisverkehrsschule. Anscheinend wird der Payer ein 16-seitiges Anzuchen mit detaillierlicher, bildlicher Beschreibung, wo man sich ein Ende fragt, wer das Landeplatz für den Christopherus oder nicht gleich ein Unterkumpf für die Bienen. Ein freier Bordel! Meine sehr geehrten Damen und Herren, zum Lachzeichen 2020 geistig viel zu sagen, außer dass es natürlich einmal wieder überwältigend ist, dass so viele Leute kämen. Wir wollen doch mal einen riesigen Applaus für Walter. 24 Jahre, ich, der Walter ist, der Urkmann, Feinz-Humhauser, Junggesell. Und zu diesem Anlass haben wir uns natürlich etwas überlegt. Ja, das kann es nicht sein, dass wir uns einfach gleich wieder lachen. Wir haben heute, Walter, für dich etwas ganz Besonderes. Lieber Walter, ich komme auch auf die Bühne. Normaler ZB-Logier-ZB-Logier-ZB-Logier-Logier-Logier-Logier-Logier-Logier-Logier-Logier-Logier. Von Schläumen hoch Julia Hohuwer, Achtzeiter! Wir haben die Musik auf die Bündnis historia. Diete Applaus für die Bündnis discrimination. 待って und klärt er übern embora, und der Bündnis everyone wartet auf die Bündnis schreibt. Wir haben jobbeleugier meine Technologie im Sinne von starter ket checks. Wir haben die Mittel für die Bündnisซ蓮ante. Og ich konnte alle denn alles lensisch so bemot medieren. Das kwillchen wird irgendwie immer gönnt. Musik 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 Liebes Frau Obachter, liebe Hochzeitsgäste, fünf Jahre sind nun vergangen, seit die letzte Hochzeit wurde begangen. So haben wir uns heute hier versammelt, weil einer hat endlich sein Weib gemangelt. So frage ich dich nur halbemals, für den Schritt bist du bereit und will zu jeder Zeit? Ja, Jochen! So frage ich dich, du Spruchzerknode, willst du dir mit Gottes Knode? Jawohl! Liebe Leute, es ist wahr, die beiden sind nun ein Ehepaar. Durch das von Breyer-Walter und mir verliehenen Amtes erkläre ich euch nun zu Mann und Frau. Der Beutigam darf nun mit Frau küsse. Mit Zunge! Und mit meiner Mutter und mir sind! Und jetzt auf! Hallo! Schauen wir mal, wer stärker ist, die Bürgen oder der Lach? Auf geht's, Bürgen! Gehen wir Lachen! Die Frau im Ledi, nur auf der schönen Welt. Für Sie echte ist Zinter, das zweite ist Fruchtmann Geld. Also, holen wir ihn raus! Ja! Ja! Und wir können hier, die Frau nicht zu klein haben. Nein! Die Frau nicht zu weit! Arsch! Ohne Ruhe! Ich bin der Trauma gegen dengoala. Nein, ich bin der Trauma gegen den Rennen. Wie kam der? Nein! Was ist das? Wie ist das der Trauma gegen den? Ja! Ein Ruf an den Eintag, um die Hecke, ist mir das wichtigste. Ich möchte niemanden an den Altland umhoben, beziehungsweise an der Kirche machen. Das ist mir für mich das wichtigste. Ich sage nicht, das ist ja nur. Aber wir finden den immer nicht nur noch und schauen, ob wir ja auch wo es hingehen. mina vier vor der Laut 10. WUR! WUR! WSITZE NAID! WUR, HÚ!!! Reisen you! Ist das nicht so gut? Der Mann ist gut. Der Mann ist gut. Auf gehts ganz schön! Hör auf, Mann doch! Ah, du schweiz. Hör auf! Hör auf! Oh, ein bisschen scheiße leer! Hör auf, Mann doch! Wir haben ihn zugelassen! Seh es! Genau, nein, stoppen ein kluge Dorf! Aus, Mann, Kürtel! Hör auf, Mann! Hör auf! Und, Mann! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Wir haben hier jede Menge Brennholz. Traditionell versteigert ist der Bürgermeister und sein erster Assistent Lukas. Er ist für Holzsachen in der Gemeinde zuständig. Wir fangen an mit einer Partie Brennholz. Drei Festmeter, drei Festmeter, gutes Brennholz, Ausrufpreis 90 Euro. Wer will das haben? 290, 290 zum Ersten, 290 zum Zweiten und 290 zum Dritten. Vielen Dank für das Schutz.